Hallo Leute, ich begrüße euch zu einem weiteren YouTube-Video von mir. Bei mir auf dem Kanal, Richtige Wahl, seht ihr immer die neuesten Vergleiche. Heute stelle ich euch die 7 besten Reiskocher vor und wie ihr es von mir gewohnt seid, erläutere ich euch immer die Vor- und Nachteile der einzelnen Reiskocher. Also seid gespannt! Jeder Reiskocher ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ach ja, und bevor ich es vergesse, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Aktiviert doch auch gerne die Glocke, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ich neue Videos hochlade. Klar kann man Reis auch klassisch im Kochtopf kochen. Doch dauert dies deutlich länger als mit einem extra Reiskocher. Diese sind bereits für einen geringen Preis erhältlich. Doch die Auswahl ist groß. Hier seht ihr eine Übersicht über die besten Reiskocher auf dem Markt. Der erste Reiskocher in unserem Test ist der Yum Asia Panda Mini Reiskocher. Er heißt deshalb Mini, da sein Fassungsvermögen nur 0,63 Liter beträgt. Dadurch eignet sich der Reiskocher in erster Linie auch eher für kleinere Portionen und kleinere Haushalte. Auf Knopfdruck erhält man einen hervorragenden Reis, der einen erstklassigen Geschmack erhält. Zusätzlich gibt es auch eine Schnellkochfunktion, falls es mal schnell gehen sollte. 7 Kochphasen sorgen schließlich dafür, dass automatisch der beste Geschmack erreicht wird. Die verbesserte Gerätetechnologie ermöglicht es, mit zusätzlichen Einstellungen wie beispielsweise Dampf oder langsamen Garen ein absolutes Reiserlebnis zu kreieren. Neben einer ausgetüffelten Warmhaltefunktion gibt es auch hier einen 10-minütigen Countdown, durch den die Reiszubereitung hinausgezögert werden kann. Auch Kuchenbacken ist mit dem Reiskocher problemlos möglich. Die Innenschüssel ist mit 5-schichtigen 2mm Keramik ausgestattet. Ablesen kann man die aktuellen Daten über ein modernes Display. Der nächste Reiskocher in unserem Test unterscheidet sich schon direkt optisch vom ersten. Er ist mit Edelstahl ummantelt und so auch von außen kratzfest und deutlich langlebiger. Der Gartopf ist zudem ebenfalls beschichtet. Dadurch bleiben keine Lebensmittelreste kleben und auch die Reinigung gestaltet sich viel einfacher. Zusätzlich lässt sich der Gartopf auch herausnehmen, wodurch er auch so deutlich angenehmer gereinigt werden kann. Und zudem so auch der Reis besser in den 1,8 Liter großen Gartopf eingeführt werden kann. Der Reiskocher kann zudem auch zusätzlich alleine in die Warmhaltefunktion wechseln. Dies macht er automatisch, wenn der Reis gar ist. Zusätzlich ist eine Kontrollleuchte eingebaut, die entsprechend darauf hinweist. Im Lieferumfang sind zudem ein Reislöffel und ein Messbecher enthalten. Zudem gibt es einen Dampfkorb. Der benutzt werden kann, falls man Fisch oder Gemüse garen möchte. Zudem ist auch noch gut zu wissen, dass alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, frei von WPA sind. Eine etwas erschwinglichere Variante von Reishunger ist dieser Reiskocher. Dampfgarer von Reishunger. Geeignet ist er für 1 bis 6 Personen, denn er hat ein Fassungsvermögen von 1,2 Litern. Ausgestattet mit einer Antihaftbeschichtung, lässt auch dieser sich im Nachgang angenehm und schnell reinigen. Ohne Lebensmittelrückstelle zu haben. Geeignet ist dieser Reiskocher für alle gängigen Reisarten. Die praktische Warmhaltefunktion sorgt dafür, dass der Reiskocher automatisch in den Warmhaltemodus schalten, sobald der Reis fertig ist. Durch diese Funktion kann der Reis bis zu 8 Stunden lang noch frisch gehalten werden. Praktischerweise lässt sich der Reiskocher auch leicht bedienen. Funktionen sind gut beschrieben und man muss nicht lange ausprobieren, bis man die gewünschte Funktion findet. Zudem ist das Design sehr kompakt, wodurch er sich auch im Nachhinein wieder schnell verstauen lässt, ohne viel Platz einzunehmen. Mit dem Severin RK2425 haben wir einen weiteren sehr souveränen Reiskocher in unserem Test, der in erster Linie mit einer hochwertigen Verarbeitung und verlässlichen Funktionen punktet. Er ist der ideale Küchenhelfer. Der Reis wird kontrolliert und schonend gekocht. Doch neben dem Reis ist auch noch die Zubereitung von ganz vielen anderen Lebensmitteln möglich. So kann beispielsweise auch Gemüse und Fleisch optimal in diesem Gerät gegart werden. Im Lieferumfang enthalten sind zudem ein Messbecher und ein Reislöffel. Generell gestaltet sich gerade die Bedienung des Reiskoffers sehr einfach. Über das integrierte Display lässt er sich genau ansteuern und der Reis gelingt perfekt. Wie auch andere Reiskocher hat der Severin RK25 eine integrierte Warmhaltefunktion, die automatisch einspringt, sobald der Reis fertig zubereitet ist. Der Deckel lässt sich verriegeln, um ihn so gegen Kinder oder einfach andere Dinge zu schützen. Mit Hilfe des montierten Tragegriffs lässt sich der Reiskocher auch gut transportieren. Sollte man also häufiger unterwegs sein, lässt sich der Reiskocher auch problemlos mitschleppen. Mit einer eleganten Drucktaste lässt sich der Deckel öffnen und der fertige Reis kann entnommen werden. Für das überschüssige Kondenswasser gibt es einen extra Auffangebehälter. Durch diesen wird der Reis nicht matschig, sondern bekommt schön Biss. Auch schonendes Gampfgaren ist möglich, denn Gemüse, Fleisch, Fisch und auch vieles mehr kann dort zubereitet werden. Wer viel Wert auf Qualität setzt, für den ist der WMF Reiskocher genau der Richtige. Dieser ist erstklassig verarbeitet und hat entsprechend auch eine Vielzahl an Funktionen und Eigenschaften. Hier wird direkt optisch deutlich, dass der Reiskocher hochwertig verarbeitet ist. Alle Bedienelemente sind aus Edelstahl, genau wie der Deckelrand und der Behälter von außen. Edelstahl ist nicht nur kratzresistenter und langlebiger, sondern leitet und isoliert die Wärme auch noch besser. So wird der Reis intensiv erhitzt und ist mit Sicherheit auch gar. Alle gängigen Reissorten können im Reiskocher gegart werden. Zusätzlich auch andere Lebensmittel, wie Gemüse und Kichererbsen. Der Innentopf besteht aus hochwertigen Chromagaren. So brennt nichts an und dank der Antihaftbeschichtung ist die Reinigung im Nachhinein auch schnell erledigt. Wer gerne einen technologisch weitentwickelten Reiskocher haben möchte und dem digitale Funktionen wichtig sind, für den ist der digitale Reiskocher von Arendo genau die richtige Wahl. Durch ihn wird der Reis sehr schnell zubereitet und er schmeckt einfach nur gut. Mit einem Fassungsvermögen von 2 Litern kann jede Reissorte für eine große Anzahl an Personen zubereitet werden. Und ebenfalls jede Reissorte auf dem Punkt gekocht werden. Aufgrund von Temperatursensoren, die auf der Ober- und Unterseite Temperatursensoren haben, dadurch wird eine gleichmäßige Erhitzung garantiert. Vorhanden sind 5 Kochprogramme, zwischen denen gewählt werden kann. Zum einen gibt es das Kochprogramm Reis, Haferbrei, Römertopf, Dampfgaren und Suppen. Im Lieferumfang ist zudem ein Dampfgareinsatz, ein Messbecher und ein Reislöffel enthalten. Auf dem Display kann man gut den Zubereitungsvorgang überwachen und auch übersichtlich sehen, wie viel Restzeit der Reis noch hat, bis er fertig ist. Auch die Warmhaltezeit kann über das Display eingestellt und überwacht werden. Verbaut ist außerdem ein Mikrodruckventil. Zum einen ist dies ein Sicherheitsfeature, auf der anderen Seite kriegt der Reis so eine konstante Feuchte ab. Ein 24-Stunden-Timer lässt sich ganz einfach einstellen, wodurch auch Lebensmittel, die bis zu 24 Stunden gegart werden müssen, mit diesem Reiskocher zubereitet werden. Praktische Tragegriffe ermöglichen es, den Reiskocher zu transportieren. Wem die bisherigen Reiskocher zu klein waren, für den wird jetzt der Midea Reiskocher interessant sein. Er hat ein unglaubliches Fassungsvermögen von 5 Litern und kann somit große Mengen an Leute bekochen. Wie es beispielsweise auf einer Party gebraucht wird. Mit diesem Reiskocher steht der Vielfalt keine Grenzen gesetzt. Egal ob weißer Reis oder eine Suppe. Alles ist hiermit möglich. Das Gerät kann zudem auch als Schongarer verwendet werden. Die Bedienung ist trotz der Größe sehr angenehm und einfach. Das Ganze geschieht mit einer LED-Digitalanzeige. Mit nur einer Taste kann so der Reiskocher gesteuert werden. Für mehr Flexibilität beim Kochen sorgt ein 24-Stunden-Timer. Darüber hinaus hat der Midea Reiskocher ebenfalls eine automatische Warmhaltefunktion. Aufgrund des drehbaren Griffdesigns kann der große Reiskocher auch problemlos transportiert werden. Man muss keine Angst haben, dass der Reis anbrennt. Denn von innen ist das Gefäß beschichtet. So wird wie bereits bei den anderen Reiskochern erwähnt, auch die Reinigung vereinfacht. Das war es mit dem Test der 7 besten Reiskocher. Wenn ich euch überzeugen konnte, einen der Reiskocher zu kaufen, dann klickt gerne auf den Link unter der Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like freuen und ich bin auch auf eure Kommentare gespannt. Schreibt doch gerne eure Meinung dazu. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, aktiviert gerne die Glocke. Bis zum nächsten Mal!